leona level 2 oder level 3 zack rein pass laffel kill ja so machen wir es kevin ok ja ganz genau so aber wir warten gleich auf level 3 ok idealerweise wirst du fort in level 2 dann kannst du locker reingehen was tust du auf level 1 und 2 q und e wahrscheinlich dann oder ja gut dann gehen wir halt auf level 2 schon rein kevin so machst du es mal wenn ich lasse dir so lange ich muss auch sagen ich nehme mit leona aber auch immer ignite mit weil ich als dann sehr akkassig spiel er sagt ja leona ist ein all-in-champion da brauchst kein ding ja das nächste supporter spiel ich dann halt mit ignite ja und dann spielt wahrscheinlich jana ich bin da ich immer mit ignite weil ich die champions auf denen und nicht ignite spiel ich halt einfach nicht wenn ich jetzt mal supporter bekomme habe ich einen neuen champion ich das kann ich bin zwar nämlich den anderen dem schild hat den namen vergessen braun kann sein aber wir haben hier den tivo im team gar nicht stimmt eigentlich haben wir gewonnen dann schon Ich glaube ich nehme mich eher auf Smartcast oder nicht? Teleport Oh da oben kommt jemand Aserbaidschan, schreibt wirklich im Aserbaidschanischen wahrscheinlich nicht Aserbaidschan Jaa, Gift von Haie, easy jungle man Jaa Hätte ich mir jetzt auch den Bluber vielleicht lassen können Jaa, stimmt Aber bringt dir ja noch gar nicht so viel Ja, glaub ich hätte noch meinen Q spammen können Ah, ja, ok, stimmt Ich bin so wie er lacht hin und ich doch gar nicht der ADT bin Ups, hier gehts weiter Jetzt verlaufe ich mich doch fast im Jungle, ja was denn hier los Jaa, einfach mal Hm, die sind schon 2 Jetzt sind schon 2 Ja Level So Ja, verkackt Ja Ist jetzt aber doof Na, ich geh jetzt nicht rein, wenn da so viele Minions sind Kevin Wart mal bis das Video War vielleicht doch auf Level 3 Wenn sie vor euch Level 2 sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie vor euch Level 3 sind Jaa Na shit, der hat mir den Red Buff geklaut, der Spass Oh, die sind weg Ne, sind da Hä, wer hat Jungle sind bei denen? Ah, Eveline, ah shit Ohne Red Buff jetzt Ohne Red Buff jetzt Das ist tatsächlich bis jetzt do Also, Kay, wie siehts aus Gehen wir dann gleich All In, oder? Ah ne, ist zu weit weg. All in, all in, all in! Ne. Ich kann da gar nichts machen, Kellen, ganz ehrlich. Aber ich lasse die einfach farmen, oder? Nein, ich habe Kabada-Wert, das ist natürlich jetzt selbst mit dem. Kellen überhaupt noch da? Oder hat er sich gemutet? Oh, ja, hatte ich. Achtung, Evelynn. Das ist nicht gut für mich. Der bei mir fehlt auch. Nein! Oh, ne, du, 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 du. Hinter euch ist Evelynn. Warte, late. No. Oh, Mann, wie viel Schaden die macht! Unglaublich! Ich will hier schauen, wie weg, keine Ahnung. Parkhof! Ich würde sagen, das war jetzt der Drake. Hast du Evelynn? Ja, noch so viel Leben und auf einmal... Doch nicht. Hast du Evelynn auch? Ich sehe die nämlich nicht. Bist du wieder da? Ja. Ich bin wieder da, Maren. Gut, wir gehen rein. Das ist... Das ist... Slowen! Ja, wie denn? Ich sehe es nicht. Kein Wort. Ich sehe es nicht. Tschüss, tschüss. Okay. Dann kann ich jetzt auch mal weg. Ich bin sowas von hinten dran. Ich habe schon keine Warnung dran. Ich habe schon keine Warnung dran. Ich mache halt die Pflanze hier, da kriegst du auch Maren. Äh, nein. Nicht? Doch. Ich dachte immer, man kriegt dann Maren. Ach doch, tatsächlich. Ich habe gedacht, du kriegst nur Leben. Hm. Soll ich nochmal runterkommen? Jetzt habe ich die Maren. Oh. Ja, Marvin. Ja, aber du hast schon früh rein müssen, Marvin. So. Oh je. Oh je. Wenn der Reis sagt... Wenn der sagt, geht rein Marvin, dann musst du als Erster rein springen. Nicht hinterher laufen lassen. Du bist meine Leona. Du. Ich stand da gerade... Du bist dein All-In-Chefchen. Du bist ein All-In-Chefchen. Du bist frei. Training geht. He, da steht halt einfach im Tor mit dem ADC sogar noch. He, heh, 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 heh. Ich bin halt sicher Kevin. He, heh, 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 heh. Der ist halt sicher Kevin. He, heh, heh. Oh, die sind halt schon Level 6. Und die haben mich. He, heh, heh. Hey, ich bin weg. Unschiss, guilty亲rix. Ah, der tippt wir über einen Jungle mal. Ja das war mein Fehler. Ah, ich hab ihn, hä? Hau ab Marvin, hau ab. Lups. War gut zu wissen, dass das kleine Viech aufs Ding gibt. Voll egal. Oh je, jetzt kommt der Typ hinterher. Der stirbt. Nein. Die Snipes. Das war auch nur, weil der Typ wieder umgedreht hat. Oh ja Marvin. Ist doch so, ich hab doch zugeguckt. Wenn du nie in meiner Nähe bist, krieg ich meine Quest nie fertig. Ja, ich muss halt warten kurz. Das macht eigentlich der Support, Roy. Alex kommt runter. Ja. Nooo. Mann. Irgendwie Bottling kommen ist nicht so geil. Nee. Ja, wir können sie jetzt aber Difen. Oder? Ah nee, der hat hier. Shit. Und der hat noch die Stoppuhr. Ach, das ist halt so nervig, die Combo von denen, weil der sich immer an die ran ziehen kann. Nein. Ja. Ja. Oh. Oh. Wuuu. Oh, muss ich mal wieder retten kommen. Alter. Du siehst halt fast nie. Und all in? Ja. Ich hab halt keine Ulti. Ich hab halt immer so geil. Ich hab halt immer so geil. Alex steckt immer alle hin und dann und dann rennt. Und dann rennt mal. Und dann rennt Alex erstmal drauf. Und Mavi brauchst du 5 Stunden. Ja. 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 Oh. Vergesst's. Unten komm ich nicht mehr vorbei. Er macht sowas von kein Sinn. Du bist ja hier. Ja. Sowas von kein Sinn. Ich weiß nicht, worauf war die Stimme Mavi, wenn er sagt all in. Ja. Wie muss der da erst hinlaufen? Man könnte nicht erwarten, dass wenn der all in sagt, ich beim Arjan drinnen bin. Aber wenn Alex von hier bis da runter läuft, dann hast du wohl Zeit von hier bis dahin zu laufen. Ja. Ich war ja auf dem Weg. Geh mal lieber auf den Top. Ich glaub bei Haye macht's mehr Sinn. Ja zwar kein CC, aber hey. Okay. Lol. Geh mal rein. Oder? Ich steh vor dir. Ich weiß gar nicht, wann der wieder kommt. Die machen Drake. Ich lauf jetzt grad zum Drake. Versuch ihn mal zu warden. Ich mach schon. Der Jungle war grad bei mir oben. Also so geil können sie mich machen. Ah, der Ward ist weg hier. Ah ne, das noch da. Scheiße. Komm hol mal die Nasen hier. Wow. Oh, die war bisschen daneben. Ach du Ding mit Lenker. Ja, geil. Also hier oben ist es. Alle drei gewesen. Was soll ich machen? Also ich hab einen bekommen. Boah, der frisst ja gar keinen Schaden. Hä? Warum ist der keinen Schaden? okay. Den Moment. Ja. Wcker. Geh mal. инки du. Noch kurz nochmal. Hörmann. Dann könnte da gleich Drake machen. Wenn er schon daneben steht. Hm, scheinbar mache ich den allein. Bist du da bist, bin ich fürcht mal da. Achtung, da ist der Rakan. Ich habe nämlich kein Ding gerade. Aber es scheint jetzt nicht so richtig zu sein. Ich habe das ganze Zeit, ich habe das ganze Zeit. Aber ich habe das ganze Zeit, ich habe das ganze Zeit. Okay, das ist schon das ganze Zeit. Hörst du in der Kementwürde kämpfen sie gerade? Ja Und Schuss Kevin Oh Mann Da wohnerts ganz viel vor Ich verstehs auch nicht warum ihr dort fightet in der Mitte Weil die uns ein Gate schien Ja aber ihr könnt nicht mir die Schuld geben ganz ehrlich Aber du siehst vier Leute in der Mitte warum wollen wir dann auf die Bot Nee da waren die noch nicht zu sehen Ja doch Die waren schon eine ganze Weile zu sehen Ja dann waren sie halt da in der Mitte mein Gott hier echt Nein die kamen von der Botlane Also von der Seite rein Da stehen vier Worts Hoppala Kevin Hä? Das Ding macht mega den Schaden Was mach'n der Ase jetzt hier? Ich glaub Hario hat die geilste Lane oben Hehehe Der hört nichts Der siehst nichts Der läuft dran einfach Ich hab's nicht so weit pushen zu weinen wenn du siehst du Ich bin gerade im Spiel ich kann nicht durchlesen Doch Oh Es ist lief Es ist lief Oh Oh Hi Hat jemand den Jungle gesehen? Hehehe Hehehe Fahle Dankeschön Oh 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 Macht'n der hier? Der ist bei mir high Dem gebe ich jetzt gleich einen Kill Dem gebe ich jetzt gleich einen Kill Alter Mann Oh 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 Ich mag Eveli nicht Ach sie kommen alle zu dir hoch Hansi Ja die kommen zu dir hoch alles So Also wenn sie dann irgendwann mal durch die Armee von Pilzen sind Hehehe Ja genau Das tut ein bisschen Ich bin mal dahinter Hansi Ich komm auch Aber dauert halt Ah man Diese scheiß Rakan hat ihn nervt So Hehehe Da läuft halt die Wände Das ist die Zauber jetzt weg Alter Oh Fuck Das ist die Hase Das Damage Hehehe Holy fuck Ich war ja instant draußen Hehehe Da geht echt nichts für Geil, wir haben einen Turm. Wow. Und die dafür jetzt zwei. Ne, nur einen. Komm wir fangen jetzt alle im Jungle ab. Wir sind wahrscheinlich 15 Level über uns. All in Marvin, all in. Ich bin schon lang gut. Vergiss. Ich hab dich verschnellt. Ja, hinter euch kommt, äh, der Mid-Lader. Und der Turm steht da. Respekt da. Hm, mich lässt mal wieder sterben. Ja? Ja, wie geil. Hm, hm, hm. Also, Nuno ist der letzte Drecks-Jungle, mal ganz ehrlich. Es kostet zwar kalt auf dem Jungle, aber... Was? Wenn dich irgendjemand angreift, stirbst halt. Ja. Komm schon, Minions! Minions! Na, ja! Minions! Ich hab'n Geld bekommen, hallo? Mighty Power of Minions! Boah! Boah, ich kick' den Ball. Hey, Tricky Debutus! Alex, was baut man nach dem Befreiungsschlag? Ganz normales Schild. Na, Solari und so. Ich weiß was ich. Ich bin so schlecht als ADC grad irgendwie. Ich bin so schlecht als Junkler, also hol jetzt nicht rum. Ach. Wieso eigentlich immer auf mich? Du schmellerst das wie ich, Alex. Bist du auf dem Karte? Nein, warte, bist du nicht. Hui! Sag' ich doch grad. Ist irgendwer low, wo ich mein Ulti reinhauen kann? Nee. Verdammt. Jetzt muss man hier wieder sofort runterrennen. Ja, die sind halt nur zu dritt hier. Wie viel sind wir? Auch zu dritt. Geht rein, ich komm! Geht rein, ich komm! Ich hab' keine Ulti mehr. Ist mir egal! Wir sind 5! Geht rein! Hey, komm' die Michi hinterher! Ohhhh, was war das denn hier? Jetzt könnten wir ja eigentlich zurückgehen und der Rest macht mir einen Trait. Eintreten. Oh, Elf, der ist bei mir! Der ist bei mir! Der ist bei mir! Olaf, Olaf, der Pottage! Der ist doch auf dem volle Leben! Haha! Ja, der Tau ist der erste. Der ist bei mir! Der Kinos! Ola! Ola! Was geht bei euch? Ich hab' gedacht, ihr wacht dich sonst! Hanse, das Guiding-Genie! Darf ich jetzt mein Trait machen? Wie machen wir denn? Wie viel Schaden? Ziehen wir nur 20 schon, ne? Und jetzt alle hin! Hier kriegt sie! Ah ja, das ist auch mehr! Ja, ich mein' irgendwann kommen die auch wieder zurück. Ist ja klar! Nein! Ooooooh! Ooooooh! Okay, ich hab' noch versucht noch zu verlangsamen. Oh, jetzt muss ich aber abhaben, glaube ich. Ja. Aber wir haben Trait. Wir haben einen Trait, aber da sind wieder drei Leute dafür gestorben. Ich darf mal topen. Aber wer bleibt hier? Ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm. Ja, das Kiki. Ey, Olaf kommt auch so. Ich komm durch. Ah! Hilfe! Der Olaf ist bei mir! Ja! 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 Ich bin der Mann, der Mann. Ja! Ich bin der Mann! Ja! 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 Deinemann! Da hieß es.. dieser war so nötig so die geht da rein bei mir ist wieder evelin bei mir ist die kommt immer überall weg die kann sie also weg hüpfen und unsüber machen gleich mich ja mal detection kaufen warte du bist der vater ja aber ich kaufe nicht nur noch detection wenn die evelin nie bei mir ist ja warum hast du zwei worteiteln ja ich kann doch viel mehr stellen doch hier guck doch eins zwei drei vier du hast ein delay im stream das heißt wenn du mir schreibst dann weiß ich das dann ist nichts passiert ja vielleicht man kann mehr als vier stellen klar wir machen ja ich lauf mal hin auch das war ein das war ein fake das war das falsche das ist das richtige ja 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 hey so so ja ja ich bin ja 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 So, jetzt kommt es noch ein bisschen an. Boah ja man, das ist Eveline. Tötet Eveline. Ich krieg doch Alex, wir sind alle hinter dir. Dann nehmen wir halt den da. Jetzt kriegen wir übrigens noch ein paar Kills. Na gut, ich vielleicht nicht, aber der Rest. Äh, was? Also, ich scale so langsam ins Late Game. Ich seh's. Wollen wir echt offensiv gehen, wenn wir einen Baron Buff haben und wir 0 sehen? Ich warte doch schon. Ja, ich warte auch. Kommen wir da rein oder nicht? Ich bleib bei Hansi. Kommen Sie. Ja, ist überlegen. Ja, jetzt. Da haben wir ja gar kein Damage. Ah ja. Renn Kevin! Du darfst dir nicht den Penta geben! Während die Minions halt die Base zurückverlegen. Niemals! Einen Penta muss man sich verdienen. Dann kriegt man die einfach so. Wer denn überhaupt? Du darfst dir. Geil. Drei. Drei-Fach-Tötung! Bei mir gibt's keine Geschenke. Bei mir rentalarbeit. Denken pentas! Hahaha. H прав gibt's und blommst, blommst du die Hut und ein ähnliches? Ja, da muss ich noch nicht verl satisfactory anuu. Es gibt mein Tag.